Hallo, ich bin beim Schlafen, Aufwachen, Toilette gehen, Zähnen putzen, Hände Gesicht waschen, anziehen, sogar Filzbach laufen, hier in Kaffee Filzbach ankommen, Sitzplätze wie ihr seht, ganz schön viele übrigens, davon Tresen, hier Bücherregal, Sitzplätze wieder, dann hier schon wieder Tresen, dann hier WC-Raum, wie ihr seht, dann hier Tresen, da wo man Essen, Trinken kaufen kann, dann hier beim Sitzplätze ankommen, wenn ich am Handy spielen, wie ihr seht, ja, seht ihr, dann Buch lesen, dann trinken, das war's mit dem Vlog. Bye, tschüss.